now it's time to play special force 2 mit ma und der community hallo hallo community immer noch hier mit auf dem server vertreten diesmal spielen wir blasting auf der power station zerstört das objekt erst mal sehe ich diese map spieler ich kenne sie gar nicht kannst du so Tore mit sprengstoff aufmachen und so gott, ich bin tot granate in deckung oh da ist dann noch einer ups granate fliegt granate fliegt hat das keiner gesehen soll ich mal messern versuchen vielleicht gehört der nicht komm komm ich hasse die pistol ey ich nehme jetzt auch wieder meine eotech waffe kein sniper mehr die pistole ist zu schwach es gibt aber auch keine richtigen pistolen ein schön kolt das ziel wurde nicht zerstört jetzt aber ziel geortet zerstört das objekt rache für mich vorhin rache für mich vorhin was wenn du dich waffe rum ne bombell wurde platziert sektor b sichern gold ays Aber ich weiß nicht, ah, die Granale, ah! Haha, wenn sie es nicht merken, bitte. Mission fehlgeschlagen. Das hat die Borde nicht zerstört. Ja, natürlich, wenn wir alle tot sind, dann 7 Sekunden waren es entschärft und dann liegt ja 30 rum oder so. Dann müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. Ja, wir rennen immer blind rein und werden dann abgestürzt. Weg, außen Weg! Alle blocken mich hier, liegen Granaten ohne Ende. Wahrscheinlich, ab wann die Gegner kommen auf der linken Seite. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Und hier rüber? Nein. Guck mal hier, Maru zu, wenn wir ihn finden. Ich finde, er schluckt oben links auf dem Ding drauf. Ja. Wollen wir noch einer? Ne. Bombe wurde platziert. Sektor A sichern. Gib mir Deckung, lade nach. Oben rann die rum, oder? Also einer, ja, das Lack ist da noch da drauf. Das Lack hat einen, kann es also draußen bleiben. Kommen die da drüber? Ohren. Granate in Deckung! Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Ziel geortet. Zerstört das Objekt. Blind. Oh, da kann man die Wand aufsprengen. Da hab ich doch gedacht, am Anfang. Ne, also da, an diesem Ort kann man die Wand aufsprengen. Aller, schau dir nicht los. Ja. Au Von Pile bei A Doch wir haben die Sniper ausgepackt Die Oben waren zwar als ich gestorben bin Ah schade War nicht Nein ich hab abgedrückt Ich hatte abgedrückt Wo war die Kackkugel Wie die Sniper hätte sein können Ziel geordnet Zerstört das Objekt Ah von unten Ah Demon's Soul Scheiße 20 AP Kommt ihr da hoch? Oder stehst du mit dabei und du bist tot Ich bin tot Bin tot Ja Und da wo Spaten und Leo stehen erschossen Geht mal vor Jungs Also bei A ist auf jeden Fall noch einer Au Nice wollen der Schluck Oben bei A noch einer Bombe wurde platziert Sektor B sichern Das könnte knapp werden Acht Sieben Wenn er jetzt nicht defused haben Wenn er jetzt nicht defused haben hat Ok Oh Der Puls Ist ja durch die Explosion gestorben Feind geordnet Hindert sie daran die Bombe zu platzieren Granate 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 fliegt Granate fliegt Granate fliegt Granate fliegt Granate fliegt Granate fliegt Hast du drei Granaten an sich Oder hast du jetzt nur zwei Ja ich hab zwei Granaten Und äh Eine Flash Stürzt hier ein Also das ist ein Camper Ist bei A noch jemand von uns? Ähm Nein Gegnerische Bombe wurde aktiviert Entschärft sie Von mir rüberkommt Nein kommt mir nicht Oh Gott der kommt wieder runter Aaaaaah Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ja Los lassen Mission erfolgreich Bombe wurde entschärft Da haben wir hier nicht schön selbst gesprengt Kann man ja nicht zurückwerfen die Granaten oder? Nein Hindert sie daran die Bombe zu platzieren Werfe Granate Werfe Granate Granate Kann man an Granate im Gesicht sterben oder macht das nur so? Macht auch so schade Ah Da hat er uns erwischt Ah da hat er eine dritte Geht zwar noch bei A oder lebst du nicht mehr? Ne Der Panzer Gegnerische Bombe wurde aktiviert Entschärft sie Leider auf einem anderen Spot Da muss er aus dem Zoom raus Da kam wir sind in unterzahlen die bombe zu platzieren ich weiß gar nicht kann man leise laufen ich kann nur geduckt laufen wenn du zielst bist dann vielleicht leise ja es ist immer noch kein schleichen also ich kann mit dem sniper ok noch einer bei aber ich habe den großen von ihnen liegt wo wurzel gelegt dann am ende das habe ich gar nicht aufgepasst ich glaube nicht bei dir oder bei b wir müssen mal gewinnen ja drei runden jetzt scheiße angeschossen und dann runter gefallen ein haldenhafter abgang ich habe noch ein paar b jetzt das sieht nicht gut aus leider nicht ich glaube das wird es gewesen sein das ist doch ein gegner kev knall doch ab wir bauen den sieg schieß doch bitte das ist kein feind sergeant bounty hier i believe ok 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 da ist noch einer auf jeden fall ich habe noch gekillt dabei aber 2 und 1 war doch noch mein leben bei mir denn 72 leben ne ne der mein gegner bin ich mehr törer ich fühle es aber knapp ich müsste beide erschießen möglich wäre es aber einer ist auf jeden fall hinten ja leider nicht dann sehen wir uns im nächsten part von skill special force 2 wieder machts gut leute schallt wieder ein und tschüss und tschüss und dann sehen wir uns im nächsten part von b